Auf den ersten Blick ähnelt es dem Diskuswurf. Doch schaut man genauer hin, sieht man plötzlich Stiefel. Und die sehen aus wie handelsübliches Gummischuhwerk, das man eigentlich nur zur Regenzeit auspackt. Wenn die Stiefel auch bei bestem Wetter herausgeholt werden, dann ist Stiefel-Weitwurf-WM. Von vielen wird der Stiefel-Weitwurf belächelt. Dabei ist es ein Sport mit großer Tradition. Schon im 19. Jahrhundert in Finnland erfunden, seit 1975 offizieller Mannschaftssport. Wenn wir nicht werfen, haben wir Spaß. Aber wenn so wie jemand am Sportfeld ist und es wird geworfen, ist Hochkonzentration. Also es ist wirklich Konzentration. Und richtig Sport. Es ist auch anstrengend. Werft ruhig man Stiefel. Eigentlich sollte die WM im sächsischen Döbeln stattfinden. Doch aufgrund der Flutkatastrophe wurde die Meisterschaft spontan nach Berlin verlegt. Um die Organisation zu stemmen, hatte der ausrichtende Verein Gibgummi nur knapp zwei Wochen Zeit. Trotz der Umstände gingen 75 Teilnehmer aus sieben Nationen an den Start. Das Schuhwerk ist allerdings kein handelsüblicher Gummistiefel. Vielmehr ein speziell aus Kunststoff hergestelltes und genormtes Wurfgeschoss. Der aktuelle Weltrekord liegt bei knapp 68 Metern. Um die Stiefel möglichst weit zu werfen, gibt es zwei Techniken. Zuallererst muss man den Stiefel festpacken, denn die Sperrwerftechnik geht über den Kopf rüber beim Wurf, die dann eben beim Werfen über den Kopf geht. Die Diskus-Technik geht seitwärts im Seitwärtswurf, dass der Stiefel dann eben so eine Rotation kriegt und dann wird er in 45 Grad losgeschickt, geht hoch mit Kraft und dann mit Technik rotiert er und gleitet dann möglichst auf einer Windbühe mit Rückenwind schön weit. Die meisten Athleten nutzen die Diskus-Technik, da die Sperrwerftechnik schwieriger ist. Von jung bis alt, egal ob Frau oder Mann, alle sind bei der Weltmeisterschaft auf dem Borsigplatz vertreten. Am Ende waren wieder einmal die Finnen die dominierende Nation. Immerhin, im Mannschaftswettbewerb kam Deutschland auf Rang 2.